Herzlich Willkommen im Kappler Bad. Hey Servus, seid schon da? Hör mit, zeig euch das Haus. Wenn ich das Kappler Bad in wenigen Worten versucht zu beschreiben, dann würde ich sagen, das Haus wirkt auf den ersten Blick vielleicht sehr traditionell, auch in seiner Formensprache. Aber ich denke, dass es alles andere ist wie ein typisches Tiroler Haus. Und zwar haben wir versucht, beim Umsetzen des Hauses Schnürkeln und Verzierungen oder Kitsch komplett wegzulassen. Und das macht das Haus ehrlich und klar und in seiner Erscheinung modern. Urlaub zählt ja zur schönsten Zeit im Jahr. Und das macht umso mehr Spaß, wenn man das mit Gleichgesinnten teilen kann. Und das Kappler Bad ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen sollen, wo sich Menschen kennenlernen sollen. Und wir bieten auch das Doppelzimmer mit Frühstück an. Wir bieten für kleine Familien das Gelee an. Wir bieten aber auch für große Gruppen bis für 10, 12 Personen ein Apartments an. Und das soll auch für einen gesunden Gästemix im Haus sorgen. Und ich glaube, dass das ganz schön Spaß macht. Urlaub in Tirol, in Pertznauen verbindet man mit guter Luft, mit Bergen und Schnee und mit Wasser. Und eine weitere Besonderheit vom Kappler Bad ist, dass wir eigene Bergquellen haben. Das bedeutet, wir haben in jedem Wasserhahn vom Haus, haben wir Wasser in höchster Qualität. Und zwar 24 Stunden jeden Tag. Und ich finde, das ist schon eine Besonderheit. Der Gast hat die Möglichkeit, wieder Energie zu tanken und auch zur Ruhe zu kommen. Im Fitnessraum gibt es die Möglichkeit, ein Workout zu machen, an der Körperspannung und an der Körperhaltung zu arbeiten. Oder in der Saun oder im Ruheraum einfach mal ein bisschen abzuschalten und zur Ruhe zu finden. Die Nicole und ich, wir sind die zweite Generation, die den Betrieb jetzt führen. Und für die Zukunft des Hauses ist auch schon bestens gesorgt. Unsere Kids war also ein großer Stolz. Und wir denken, das Allerwichtigste ist die Familie. 9, 2. Top 3